Musik Ich werde auch häufig gefragt, gibt es den Immobilienmarkt? Nein, den gibt es nicht. Das ist genau so, wie Sie sagen. Hamburg und der ganze Speckgürtel, da ist im Moment diese Box der Papst im Kettenhemd. Wenn Sie dann vielleicht nach Nordfriesland gehen, nach Emden, nach Lea oder wo auch immer, ja, wobei das hat sich da auch schon belebt. Also Bremerhaven, Wilhelmshaven, das war vor Jahren, da ging gar nichts mehr. Musik